Ah ne Leute, was ist denn mit euch los? Über 6000 Likes auf das letzte Logikfehler-Video, obwohl es in unserer Wette nur um 4000 Likes ging, hab euch da wohl wieder etwas unterschätzt. Aber ja, ein Mann ein Wort. Deswegen werde ich in diesem Video natürlich auch meine Wettschulden einlösen und am Ende des Videos die Soße der Some Young Spicy mal zwei pur essen. Wobei gesagt wird, dass das irgendwie die schärfste Nudelsoße der Welt sein soll. Ob das genau stimmt, kann ich nicht bestätigen, aber sie ist schon verdammt scharf. Wer meint, dass das keine Herausforderung wäre, kann sich die ja gerne mal selber holen und probieren. Gerne auch mit Videobeweis, ich würde mich freuen. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch nicht so schärfe gewöhnt bin. Also von daher, naja, mal schauen. Wenn ihr euch also an meinem Leid ergötzen wollt, dann bleibt bis zum Ende dran. Doch das lohnt sich auch unabhängig davon. Denn heute werde ich euch weitere Logikfehler der Harry Potter-Reihe vorstellen, die es wirklich in sich haben. Solltet ihr es diesmal schaffen, die magische Grenze von 7777 Likes zu knacken, dann werde ich in der nächsten Folge der Logikfehler ein Tributvideo für Ron Weasley einbauen, wo ich mich für meine Gemeinheiten ihm gegenüber entschuldigen werde und zugebe, dass Hermine ihm gehört. Da diese Grenze jedoch bei keiner Logikfehlerfolge bisher geknackt wurde, glaube ich, dass dies wohl nie passieren wird. Gebt euch also keine Mühe. So, nun aber genug der Einleitung. Beginnen wir endlich mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß dabei! Der erste Logikfehler des heutigen Videos hat es mal wieder sowas von in sich. Der arme Harry. Erinnert ihr euch an das allererste Kapitel aus Harry Potter und der Stein der Weisen mit dem Titel Ein Junge überlebt? Alles beginnt mit der Muggelfamilie Dursley, insbesondere mit dem Familienvater Vernon Dursley, welchen wir als Leser den ganzen Tag über folgen. So erfahren wir, dass sich Vernon von seiner Frau und seinem Sohn verabschiedet, um zur Arbeit zu fahren, wie er eine merkwürdige Katze sichtet, die Straßenschilder studiert, von Eulen am Tag, von seiner Arbeit bei Grunnings und wie er sich während seiner Mittagspause einen Krapfen holen wollte. Doch während dieser besagten Mittagspause begegnet er einem kleinen Zauberer, wie wir später herausfinden sollten. Dieser umarmt Vernon und verkündet voller Freude, dass du weißt schon wer endlich fort sei. Und im weiteren Verlauf hört Vernon auch die Gespräche einiger anderer merkwürdig aussehender Menschen, die sich über die Potters und ihren Sohn Harry unterhielten, was ihn dazu brachte, genauer über seinen Neffen nachzudenken, dessen Name er nicht mal mehr sicher wusste. Aus dieser ganzen Situation geht hervor, dass Harry selbst noch nicht vor die Türe des Ligusterwegs gelegt wurde, obwohl die Tragödie, die ihn und seine Eltern heimsuchte, bereits stattfand. Erst am Abend wurde Baby Harry endlich von Dumbledore, McGonagall und Hagrid auf die Fußmatte gelegt. Über 24 Stunden nachdem Voldemort fiel, oder 24 Stunden nachdem seine Eltern getötet wurden, stellt sich die berechtigte Frage, wieso das so lange gedauert hat. Immerhin überfiel Voldemort die Potters am Abend des 31. Oktober und erst am Abend des 1. November ist Hagrid mit Harry vor Ort, um ihn zu übergeben. Sprich, entweder lag Baby Harry über viele Stunden alleine und schreiend in seinem Gitterbett, in einem fast gänzlich zerstörten Haus inklusive der Leichen seiner Eltern, während alle Hexen und Zauberer bereits wild feierten, oder Hagrid brauchte über 24 Stunden mit einem fliegenden Motorrad, um Little Winging zu erreichen, was beides höchst unlogisch wäre. Ich meine, ist denn kein Nachbar der Potters auf die Idee gekommen, mal nach dem Rechten zu sehen, nachdem das halbe Nachbarhaus in die Luft geflogen ist? Und bevor jetzt jemand mit dem Fidelius-Zauber argumentiert, wartet einen Augenblick. Denn hier sind wir direkt beim zweiten Logikfehler des heutigen Videos. Wie bekannt sein dürfte, lag der sogenannte Fidelius-Zauber auf dem Haus der Potters, nachdem nur der Geheimniswahrer verraten konnte, wo sich das Haus befand. Ein Schutzmechanismus, der die Potters eigentlich vor Voldemort schützen sollte. Blöd nur, dass man sich Peter Pettigrew als Geheimnisware aussuchte, der die Potters bekanntermaßen an Voldemort verriet. Soweit so klar, doch wie haben es Hagrid und Snape eigentlich ins Haus der Potters geschafft, nachdem Lily und James dort ermordet wurden? Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass es Peter den beiden verraten hat. Das Problem hierbei ist, dass es sich beim Fidelius-Zauber scheinbar um ein Deus Ex Machina handelt, sprich eine sehr unmotiviert herbeigeführte Lösung für ein Problem innerhalb der Geschichte, um Handlungsstränge zu vereinfachen oder zu glätten. Leider weist der Fidelius-Zauber jedoch, ähnlich wie die Spur, einige Ungereimtheiten und Fehler auf, was dieser Umstand hier beweist. Zwar wird davon ausgegangen, dass der Fidelius-Zauber mit dem Tod von James und Lily brach, offiziell bestätigt, wurde dies jedoch nie. Fakt ist jedoch, dass der Fidelius-Zauber in seiner Wirkung nicht mehr hätte existieren dürfen, da Hagrid und Snape als auch Sirius Black selbst nie Zutritt zum Haus bekommen hätten. Wieso das aber so ist, bleibt ein Logikfehler, welcher maximal durch Theorien beantwortet werden könnte. Kommen wir daher zum nächsten Logikfehler der Harry-Potter-Reihe. Dieser bezieht sich auf den Wahrsageunterricht und macht erneut deutlich, wieso Dumbledore oft der hirnloseste Schulleiter überhaupt war. Ich meine, dies wird bisher in jeder einzelnen Folge dieses Formats unter Beweis gestellt. Was soll ich machen? Wir wissen, dass weder Dumbledore noch McGonagall, sprich zwei unglaublich mächtige Magieanwender, dazu imstande sind, die Kunst der Wahrsagerei zu erlernen oder auszuführen. Wir erfahren innerhalb der Geschichte, dass allgemein nur sehr wenige Menschen dazu imstande sind, da die Wahrsagefähigkeit eine angeborene Fertigkeit darstellt, die man vererbt bekommt, so wie es bei Sibyl Trelawney und ihrer Ur-Urgroßmutter Cassandra Trelawney der Fall war. Sofern man also nicht die angeborene Fertigkeit der Voraussicht mitbringt, kann man noch so viel üben oder trainieren, bis man umfällt. Man wird nie den gleichen Stand erreichen wie jemand, der dies in die Wiege gelegt bekommen hat. Wie viel Sinn macht es also, Unterricht in diesem Fach zu geben? Richtig, gar keinen. Weshalb Dumbledore bereits zur Trelawney erwog, das Fach abzuschaffen. Dazu gekommen ist es jedoch nie. Alles in allem höchst fragwürdig, dass Hogwarts ihren Schülern ein Fach beibrachte, welches von vornherein nicht unterrichtet werden kann und somit eine absolute Zeitverschwendung darstellt. Ein ziemlich bekannter, wenn auch höchst seltsamer Logikfehler erwartet uns nun. Und im Ernst, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Logikfehler irgendwie kinderfreundlich an euch rantragen soll. Naja, ich versuch's mal. Ihr kennt doch mit Sicherheit alle die Geschichte hinter den Bienchen und Blümchen, richtig? Wenn sich Blume und Bienen nämlich ganz doll lieb haben, dann... Ach, fuck off. Wie hat Hagrids Vater seinen kleinen Lümmel eigentlich in die Riesengrotte seiner Frau befördert, um Hagrid zu zeugen? So, jetzt ist es raus. Wir wissen, dass Hagrids Vater ein Mensch war, während Hagrids Mutter eine waschechte Riesen war. Eine Riesen von circa sieben Meter Höhe und vermutlich mehreren Tonnen Gewicht. Es ist davon auszugehen, dass auch ihre anderen körperlichen Attribute, die für Snoo Snoo nötig sind, besonders groß sind. Wie soll Hagrids Vater also in seiner menschlichen Gestalt dazu fähig gewesen sein, seine Frau zu befruchten? Also im Ernst, ich kenne mich da mit den biologischen Gegebenheiten nicht besonders gut aus. Aber rein stellungsmäßig dürfte dieser Akt eine enorme und nicht zwangsläufig befriedigende Angelegenheit gewesen sein. Für meinen Teil denke ich, dass Rowling in dieser Situation gar nicht weit genug gedacht hat, als sie Hagrid zum Sohn eines Mannes und einer Riesen machte. Aber denkt man diesen Aspekt eben bis zum Ende, wofür wir immerhin Jahrzehnte Zeit hatten, stellt sich dabei doch die ein oder andere Frage. Was denkt ihr, wie dieser Akt und die Zeugung von Rubius Hagrid möglich war? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Leute, ich schwöre euch, ich mach das nicht mit Absicht, aber ja, Dumbledores sinnbefreite Handlungen können leider auch im vierten Part dieser Reihe nicht ignoriert werden. Viele denken ja, dass seine Sicherung der Steins der Weisen mithilfe des Spiegels Nehegeb eine besonders intelligente Vorgehensweise war, die Dumbledores Weisheit und Macht verdeutlicht. Ist nur leider falsch. Denn eigentlich beweist es nur, dass Dumbledore bereits im ersten Teil ein Fall fürs Altersheim gewesen wäre. Wir wissen, dass der Schutzmechanismus hinter dem Spiegel Nehegeb darin bestand, dass nur derjenige den Stein der Weisen erhalten würde, der ihn finden, nicht aber für sich nutzen möchte. So weit, so gut. Denn Harry wollte ihn finden, nicht aber nutzen. Voldemort hingegen wollte ihn finden und nutzen, weshalb der Spiegel sich ihm verwehrte. Jetzt kommt aber der Haken, denn es war ja gar nicht Voldemort, der den Stein beanspruchte, sondern Quirinius Quirrell. Und Quirrell wollte den Stein finden, um ihn Voldemort zu überreichen und hatte gar nicht vor, ihn selbst zu nutzen, weshalb er ihn eigentlich problemlos hätte bekommen müssen. Also im Ernst, keine Ahnung, was letztlich den Stein wirklich schützte. Dumbledores Plan war es jedoch anscheinend nicht. Das waren die Logikfehler des heutigen Videos. Doch halt, ich hab da ja noch was zu... Ach, nee. Ich hab da ja noch was zu erledigen. Da bin ich nun, Leute. Hallo. Ja, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden, wie man da sehen kann. Und muss jetzt meine Mutprobe, meine Wette einlösen. Von der letzten Folge, ihr habt es tatsächlich geschafft, 4000 Likes zu knacken. Und deswegen werde ich jetzt vor euch allen, mit Videobeweis, die Soße der schärfsten Nudeln der Welt essen. Zumindest wird das halt gesagt. Genau, alles noch schön original verpackt. Nichts offen. Ihr seht das hier. Und ihr seht auch da, mal zwei müsste da irgendwo draus stehen. Ja, da. Da sieht man es. Mal zwei. Also es sind wirklich die scharfen Nudeln, nicht die einfachere Variante. Ja, und jetzt schneide ich das Ganze mal vor euren Augen auf und dann spritze ich mir den Shit in die Fresse. So, offen ist es. Muss ein bisschen runtergehen, glaube ich. Oh Gott, Leute. Ich hab so Angst. Das ist so scharf. Okay. Mmh. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.